Grüß euch, ich bin die Stefanie Braunhofer und bin 27 Jahre alt. Ich bin bei der Tirola im Außendienst als Kundenberaterin für unsere Kunden im Ötztal zuständig. Ich habe die HTL in Embach gemacht mit Matura und bin danach zur Tirola-Versicherung als Versicherungstrainerin gekommen. Ich habe Friseurin gelernt und war dann viele, viele Jahre im Handel tätig und bin letztes Jahr zur Tirola gewesen. Am meisten gefällt mir, dass es jeder Tag anders ist. Das heißt, man weiß in der Früh einfach nicht ganz, was an der Woche wird. Willkommen im Team!